Musik Herzlich Willkommen im Hotel Seidenhof. Mein Name ist Matthias Rahmer, ich bin der Gastgeber in diesem Hause und ich freue mich sehr, euch bald nach zwei Jahren Umbauphase hier wieder willkommen zu heissen. Mein Name ist Stefan Hannig. Ich betreue alle Mitglieder der Sorelle-Tails und besonder Sie in unserem neuesten Video im Herzen von Zürich. Der Seidenhof ist seit 1902 Treffpunkt in Zürich und dies wollen wir wieder erlebbar machen. Und persönlicher Empfang oder Online-Checking, wir passen uns den heutigen Bedürfnissen an. In all unseren Zimmern erwartet Sie neben Wohnbehaglichkeit, eine Espressomaschine, Yoga-Matte, Kissenmenü und vieles Leben. Gästen für einen Langzeitaufenthalt bieten wir eine voll ausgestattete Küche, Suiten, Zimmer und Terrassen zum Verweilen. In unserem Grand Deluxe Zimmer geniessen Sie die Morgen- und die Abendsonne. Was wollen Sie mehr? Ab dem 7. März kochen wir hier für Sie auf offenem Feuer. Kräuter, Gemüse und Früchte rücken wir in ein neues Licht. Veganer genauso wie Fleischgenießer werden sich bei uns wohlfühlen. Kommen Sie zu uns ins Restaurant ENYA und lassen Sie uns gemeinsam das Leben genießen. Hier entsteht in den nächsten zwei Monaten unser ENYA-Garten, ein lebendiger Treffpunkt für unsere Gäste. Jetzt geben wir noch einmal Wichtig Gas und dann freuen wir uns, in einer Woche Sie bei uns begrüßen zu dürfen.